Reich werden und bleiben, das ist das Thema heute, um das geht's. Ich habe hier einen lieben guten Freund setzen, der hat mir gerade die Frage gestellt und ich habe gesagt, ich nehme die Herausforderung an und ich werde in den nächsten Wochen hier genau auf diesem Platz dieses Video ersetzen und werde dir ein ausführliches Video machen zum Thema Reich werden und bleiben. Stay tuned, schau in drei, vier Wochen nochmal rein und da wirst du hier ein Hammer-Video zu diesem Thema finden. Bis dann, danke, ciao, ciao!